Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Digimon World. Dieses Mal gehen wir endlich. Ich sage, betone es auf endlich. Garoumon holen. Natürlich könnten wir bis dahin uns noch ein bisschen vorarbeiten. Das Ding ist aber, er erwartete uns erst Mittag. Am Mittag hatten wir aber allerdings auch sozusagen die Turnier-Herausforderung. Das war ja eigentlich schon klar. Aber wir könnten die Zeit nehmen, Garoumon zu besiegen. Und dann gleich noch eins. Und dann gleich noch ein Digimon sozusagen zu hören. Das ist eine schwere Aufgabe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die KI des Spielers scheiße ist. Und vor allem, wenn es darum geht, Abstand zu halten. So, jetzt haben wir es zu spät. Das sind 178 Dings. So, jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Bis wir da sind, werden wir es sicher noch eine Stunde oder so brauchen. Das Geld ist in dem Fall bei uns gut angelöscht. Wir gehen direkt dahin. Mal sehen, wo es uns absetzt. Ja, klar. Bist du bescheuert? Jetzt müsste ich noch hier in diese Fliecher kämpfen. So fahrt das nicht ab hier. Ich glaube, das wird nicht auf. Das ist ein Teil mit den Streifen. So fahrt das nicht ab hier. So fahrt das nicht ab hier. So fahrt das nicht ab hier. Man kümmert das nicht ab hier. So fahrt das nicht so hart. So fahrt das nicht ab hier. Also fahrt das nicht ab hier. Und wenn ihr das nicht ab hier ist, dann nicht hier sind. Das ist gut am Morgen. Aber das ist in der Riesse ja so von oben. Ich war ja auch in der Riesse. Das ist ein Doppeljonger. So, das ist eine Mache, wir fertig. Das war der Attacke. Wir haben uns nicht mehr gesagt. Ja, da! Wagumon und sowas. Wagumon. Ogumon. Obumon. Philemon. So, dann geht es hier weiter. Nee. Aber wir brauchen noch nicht. Na toll, es ist ein Wieserter. Was ist noch mit dieser Boot, ey? Ich kapier das nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Diese Puschung ist noch ein anderer Weg. Ich bin ein bisschen einst zurück. Oh, nein. Jetzt hast du mich eine Ebene weiter nach da abgeschickt. Dabei müssen wir da doch gar nicht lang. Nein. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Ja. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Ja. Unser Digimon muss kommen, das ist sowieso nicht nur nähergelaufen, wo man manchmal das Gefühl hat, man weiß nicht, wo man lang soll. Diesmal wusste ich wirklich nicht, wo ich lang soll. Doch das einzige Ziel, was ich jetzt habe, ist das Klo. Und hier gibt es noch ein Grund. Aber hier kann man wenigstens noch vier Digimon bekommen. Ist so, wir müssen uns ranhalten. Toll, jetzt haben wir die letzten vier Minuten überhaupt nicht total nur so gegen diese Frosttypen gekämpft. Aber es ist gar nicht mal so gesund. Ah ja, genau, jetzt sind wir richtig. Ich habe mich mal ein bisschen verguckt. Super, wir haben es geschafft. So weit, so gut. Bist du... Nein, das ist nur Agumon. Nein, das ist nur Agumon. Okay, dann warte ich im Schneierwald auf dich. Du bist ein Fuga, Mann. Aber von mir wirst du nichts bekommen, okay? Bereit dich vor für das Mal. Jetzt gäbe es natürlich keinen Lopper. Warte, oh, Mann. Wer weiß, dass du selbst gewinnen kannst. Alles wird gut. So, jetzt muss es da sein. Jetzt muss es genau die Zeit sein, wo ich auf das Turnier erinnere, oder? Also, ich muss mich schon auf das Turnier erinnern, oder? Ich glaube, das ist 4 Uhr. Wo ist mein Tick-Mon-Wall? 4 Uhr. Das sieht nämlich nicht aus wie 4 Uhr. Ich bekomme langsam, oder? Also, ich selber bekomme langsam. Ich werde es hegen. Ich habe das kein Snowflug. Ich werde es hegen. Los, mach mal. 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 Ich werde es hegen. Ich werde es hegen. Ich werde das nicht verblasen. Siehst durch! Ich denke, damit kommen wir noch durch. Da war's weg. So. Ich sammle mich genau da, wo wir eigentlich hinwollten. Ich kenne, wo wir davon aus, dass es jetzt gleich umfällt. 400 Diggi-Bett. So, jetzt aber. So. 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 Das war mir schon. Oh mein Gott, das war's für heute. Scheiße, das war's für heute. Oh mein Gott, das war's für heute. Das war's für heute. Hast du das für heute? Ja, das war's für heute. Hm, das ist Noir geworden. Hey, danke für die Empedisse. Kann ich nur gebrauchen? So, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Jetzt überlege ich, was wir tun. Genau. Ist ein Geboogel, muss man sehen. Ist klar. Ist klar. Ist eins. Ist ja was für heute, das war's für heute. Ist klar, ich weiß, ich weiß nicht. Das ist klar, haha. Sie können nicht weiter. Klauhr! So, jetzt wird's zu klappen. Jetzt geht's nicht richtig. Alter, der schafft das nicht! Alter, der schafft das nicht! Hahahaha! Das ist alles gut! OOOOOOO So, ich muss hier auch mal weg Du tross mann Wir machen da einen Spezialtag aus Weil ich auch euch weiß Und das ist krass Ich hab Sturmschneider gelernt! Geil! Sturmschneider ist ein Schneidertrag. Wo sieht man eigentlich wie viel Spaß ist, wie die Welt ist. Ich bin im Nachwuchs. Die letzte Zeit, 8 Stunden, 34 Minuten. Aber die richtige Zeit, die erfährt man wohl nie, ne? Abgesehen von diesen Uhrzeigern. Mal sehen, ob das jetzt da ist. Ich hab keine Ahnung mehr. Aber hey, was ist die UN-Levelte? Oh! Ah, das ist ja so. Hehehe, das ist toll. Das ist toll. Das war's für heute. Vielleicht habe ich sie gespürt. Jetzt habe ich sie! Ich bin sie! Er hat sich nicht mehr gerührt. Der wusste sofort. Sein Urteil ist unterschrieben. So. Jetzt würde ich aber mal sagen, im nächsten Paar werden wir herausfinden, ob wir Garurumon endlich treffen können oder nicht. Inzwischen haben wir schon fast wieder Sonnenuntergang. Hätte ich das hier wusste, hätte ich nur ein bisschen am Podest trainiert. Ich bin sie. 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 Ich bin sie.